Endlich So, jetzt rein da Könnte ich noch brauchen gleich So, seht ihr Jetzt wieder einfach zurück, 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 zurück Bis die hier hinkommen Immer super Ganz ehrlich Hey Charles Hier sind ja noch zwei Stirb der Hundesohn Ist da noch einer? Ne, sauber Sehr schön, weiter Ne, ne Oh, fuck Sorry, sweet Boom in your face Boom fast in your face Boom in your titten Und ja Die Hilfe gebrochen Um den kümmere ich mich jetzt Verdammt Granate Er knallt mich da ab Gratatatabertur Ich hab dich auch lieb Oh shit, das sind ja zwei Ich weiß, ich hab einen übersehen So, jetzt nicht Fuck immer noch Sorry So Sind die Penner jetzt weg? Ne Oder? Ne Geil Jetzt aber Und Und wow Landeplatz, Landeplatz Landeplatz Nein, ihr könnt nicht landen Direkt alle auf einmal Sehr schön Leute, was hält ihr eigentlich von einem Livestream Ah Fuck, ich lebe Ich dachte, ich lebe So So, aber der hat zum Glück wieder mal gespeichert Oh, Gott sei Dank Das ist richtig geil Der speichert immer an dem Punkt da, wo ich aufhöre Äh, 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 sterbe So, ja Um die kümmere ich mich jetzt Hallo, liebe Leute Bitte Landen Landen Ist hier verboten, ja Erster Skill Fuck Fuck, 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 fuck Fuck, fuck Egal, äh, Karten lohnt sich hier echt nicht, da Das nur zwei Meter sind Und ich hab grad eine Freundin in Leitung bekommen Wer ist Lulu? Lulu Lulu möchte sie in ihrer Freundesnissen haben Wer zum Teufel ist Lulu? Äh, ablehnen So Äh, äh, wo laufe ich hin? Äh, wo laufe ich hin? Äh, so Sehr schön So kann man auch sparsamer sein So, genau, da Lulu, Mann, was soll der Scheiß? Sehr schön Da darf ich jetzt nicht runterfallen Sondern ich darf hier lang Sehr schön, dass ihr euch auch mal drum kümmert So, also nicht ihr, ihr Abonnenten oder Zuschauer Oder Freunde Sondern diese hier, diese Trottel hier An meiner Seite Sarge und Sweet Sweet, oh, da find ich am coolsten Granate Stirb So, wo müssen wir hin? Da Okay, wir sind am Ziel Oh, geil Der speichert Das Geräusch mag ich Weil das so das Geräusch vom Ende ist Das ist so, quasi Oh, oh, oh Oh, mein Gott Ist das nicht das Flugzeug von vorhin? Warum steigen sie ein? Moment mal, warum glüht das Flugzeug? Oh, nein Nein, 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 nein Runter! Runter! Switz Bin ich tot? Nein Ich glaube, die haben gerade Getestet ist gut Die Skalarwaffe muss in dem Flieger sein Nee Ich will das alles nicht Ja, weiß auch nicht Ich bin fast geneigt, Haggit zuzustimmen Was zum Hanker ist eigentlich los mit euch? Crestle Das ist eine Nummer zu groß für uns Wir sollten verschwinden Verschwinden? Wohin denn? Nach Hause? Das wird's bald nicht mehr geben Gar nichts mehr wird's geben Sweetwater Das war's? Ach, dann warst du vielleicht doch nicht der Richtige für Special Ops Kaum fängt die Kacke an zu dampfen, machst du dir die Hose Sarge? Lassen wir es doch einfach sein Okay Gut Dann zieh ich's eben allein durch Nein, Preston, tust du nicht Und ihr beide? Ihr hört jetzt Marlo zu, los Gebt euch nen Ruck Sweets? Das ist doch interessant, Mann Willst du nicht wissen, wie das endet? Du hattest mich schon bei interessant Nix Komm schon Keine T-Bone Steaks, wenn du jetzt gehst, Mann Ja Nie wieder AR-15 Munition im Supermarkt Nie wieder Unbefugte auf deinem Grundstück erschießen können Nie wieder Braten mit Soße Keine Superbowl Sonntage mehr Nie mehr Dallas Cowboys Cheerleaders Scheiße, das reicht Aus dem Weg Nicht geht's die Cheerleaders Ja Retten wir die Cheerleader Retten wir Superbowl Sonntage Retten wir unbefugte Leute auf Garten Haggerts